Ich werde dich in die Sache bringen. Jetzt. Alles, was das Herz und darüber hinaus begehrt, alles, was du willst, was über dein Leben, das du jetzt hast, sonst noch möglich ist. Wir haben beide Foundation Level 1 gemacht, vor kurzer Zeit, vor langer Zeit und es ist überall, wo man glaubt, dass du keine Wahl hast. Überall, wo du glaubst, okay, mein Leben besteht aus diesen Möglichkeiten und die Frage ist, was weißt du? Was ist darüber hinaus eigentlich für dich möglich, was du jetzt wählen kannst? Und Foundation Level 1 gibt dir die Plattform, gibt dir die Werkzeuge dazu zu sehen, okay, was hätte ich gerne? Was will ich eigentlich in meinem Leben? Die meisten haben keinen blassen Schimmer, was sie eigentlich wollen, wenn sie gefragt werden. So, was will ich eigentlich? Welche Klarheit kann ich da für mich schaffen? Welches Gewahrsein kann ich haben, was ich gerne möchte? Und was sind die Möglichkeiten, das auch wirklich in meinem Leben zu rufen, das zu aktualisieren, das zu verwirklichen? Welche Werkzeuge kann ich da verwenden? Also du bekommst einen riesengroßen Werkzeugkasten, mit dem du anfangen kannst, dein Leben so zu kreieren, wie du es immer schon wolltest. Mit einer Leichtigkeit, die über deine Vorstellung absolut hinausgeht. Ich kann euch nur sagen, es ist so phänomenal, so lebensverändernd, es ist einfach so ein Kurs-Must-Test. So, wenn alles für dich möglich wäre, was würdest du wählen? Wir freuen uns auch. Ich freue mich auf euch. So, danke.